Fini! Nimm's auf, ja okay Yeah Handys raus, alle die Handys raus jetzt WhatsApp auch Schön, Emotikon Hier kommt der WhatsApp-er Was geht ab? Gehen wir heut' Party Bin am Start Ich hab Hotka-Club-Mate 2-6 Diggi-Diggi, oh yeah Bis nachher Yo, ich hab vollen Empfang Vier Striche WLAN Ich bin online und mein WhatsApp geht auf Ich krieg nen Standort von ihm Und nen Foto von ihr Mein neuer Status, ich bin übelst cool drauf Tausend Homies am Start Ich bin voll Multitask Ist das geil, ich mach nen Gruppen-Chat auf Hier kommt der Whatever Was geht ab? Gehen wir heut' Party Bin am Start Ich hab Hotka-Club-Mate 2-6 Diggi-Diggi, oh yeah Bis nachher Hier kommt der WhatsApp-er Ich bin voll Alle haben WhatsApp-er Ich schick übelst Emoticons raus An die Boyser Schnellboot Für die Girls gibt's den Flipper Doppelhaken MC-Fritti im Haus Hier kommt der WhatsApp-er Nach der WhatsApp-er Ichuit's mit Jannex Ichτούcs mit der WhatsApp-er Whatsapp mit meinem Liebling Ich brauch nen Praktikanten für mein Whatsapp Hier kommt der Whatsapper Was geht ab? Gehen wir heut Party Bin am Start Ich hab heute Club Marte Zwei, ich seh Digi, digi, oh yeah Hier kommt der Whatsapper Hey, oh, yo Heute sind wir fulle Fete Hey, oh, yo Bisschen auf, auf meine Liste Hier kommt der Whatsapper Digi, digi, oh yeah Zwei, ich seh Hier kommt der Whatsapper So, wir fangen an mit dem APF-Gänger Die Aufgabe lautet, was machen wir, 20 oder 30 Sekunden? Ich glaub, 20, 20 Wer kann, also die Eignung, die wir jetzt überprüfen Wer kann in 20 Sekunden am öftesten um diese Laterne rumrennen? Die Erklärung, warum wir das spielen, ist die folgende Es gibt eine Scientology des Straflagers, nennt sich APF Und Scientologen müssen, wenn sie in dieses APF kommen Und da noch in das APF, im APF kommen Was noch extremer ist als das APF Dann müssen die den ganzen Tag um eine Palme rumrennen In glühender Hitze In der Goldbase Was, wo extrem heiße, extrem hohe Temperaturen sind Die müssen also wirklich den ganzen Tag um eine Palme rumrennen Und das stellen wir hier heute nach Und wer von euch öfter in 20 Sekunden um die Palme rumrennt Der hat den Preis als APF-Gänger gewonnen So, wer möchte denn beginnen? Ich würde sagen, wir machen immer eine Person Weil sonst können sich zwei in die Fähre Dann fängt Nightwagon an Wir brauchen irgendwie ein Handy, wo ein Countdown drin ist APF-Mensch, ihr seid APFler, ihr müsst euch da jetzt hinstellen Ich möchte, dass ihr euch da hinstellt 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 Danke So Man muss ja auch mal nachmachen, wie es in 20 Sekunden ist So Drei Zählst du die Umrundung? Zählst du die Umrundung? Zählst du die Umrundung? Zählst du die Umrundung? Achso Okay Gezählt wird? Egal, versuchts Drei Zwei Eins Los Es ist natürlich sinnvoll, im kleinen Umkreis zu werden Der Weg nicht soweit Wir sind bei 10 Sekunden Klara, Klara, Klara 5 4 3 2 1 Stopp, 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 stopp So Das sind die Ergebnisse KH11 Du bist nicht in meinen Weinen Ich bin auf Klara Ich bin auf Klara Okay Zwei Zwei Eins Los Oh Kobra legt aber los Wow Schneller Angsthaft Schnell Schnell, schnell, schnell. Ton 40. Und Abträgen ist erlaubt natürlich. 5 bis 4. 3, 2, 1. Stopp. Ich glaube das ist eindeutig, oder? So ist Anthology halt. Ja, ihr müsst skrupelnd sein. Okay. So, seid ihr bereit? Habt ihr euch geeinigt, wer zählt? Ja. Okay. 3, 2, 1. Los. Ja, richtig. So gehört's. Wunderbar. Perfekt. Jawoll. 5, 4, jetzt könnt ihr noch was machen. 2, 1. Stopp. Schöne Runde, sehr schön. So, die Ergebnisse. Für Storm, 7. 7 für Storm. 8 für den Boden. 8 und 8 für Teklai. 3, 2, 1. Los. Passt auf das Hütchen auf. Ja, echt. 10 Sekunden haben wir. Nicht aufgeben. Weiter, 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 weiter. 45. Und Stopp. So, wir zählen jetzt einfach mal auf die Runden, die wir andersrum waren. Wer hat gewollt, wie viel hat er denn? 6. 6. 3. Ja, der Preis ist eine Ehrung und zwar in Erinnerung an eine zukünftige APF-lerin. Würden wir mal so sagen. Und zwar ist das die ultimative Sabine-Weber-Baskin. Yeah. Schon fertig mit Löchern in den Ohren reingestanzt, kann man sie Gummiband dran machen und sie zu Hause tragen, wenn man die Familie erstrecken will. Das ist aber das schönste Foto von Dienchen, muss ich sagen. Ja. Oh mein Gott. Dienchen! 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 Du siehst mal, jetzt wurdet ihr gerade körperlich gefragt. Ihr müsstet euch körperlich beweisen. Und jetzt kommt eine kreative Tätigkeit. Mein Schatz, mein Siegerlieber Schatz. Hallo mein Schatz, wie geht's dir mein Schatz? So, wir fängen alle, ich bin verrückt. Mein Schatz, mein Schatz, mein Schatz. Das denkst du mir nicht, wir wissen. Ja, genau. Also ihr wurdet jetzt gerade körperlich gefragt. Ihr müsstet hier rumrennen. Es ist ein bisschen warm und es war anstrengend. Jetzt will ich eure Kreativität testen. Es ist übrigens auch eine Dynamik in Scientology. Ich glaube, die zweite, bin ich mir sicher. Sex und Kreativität. Ihr wart, glaube ich, alle oder zumindest fast alle schon mal bei einem Flashlight dabei. Und ihr kennt, also besonders bekannt ist Lisa, die Doktor... Nee, Karina. Hat man den Tone-Track dabei? Das war jetzt Zufall. Aber es ist doch egal. So, und die stellen ja dann immer so Fragen. Die gehen dann zu Passanten hin und fragen die Leute, welche Schuhgröße haben sie? Leidläufe? Ja. Und wenn man das dann richtig... Du hast 42? Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann sagt die Person irgendeine Nummer, 42 zum Beispiel. Und dann sagt Lisa, ja richtig, sie haben einen Strechtest gewonnen. Das ist erstmal, wo man erstmal denkt, was für ein Sinn steckt dahinter. Auch eine andere Frage ist, wie hoch schätzen sie dieses Gebäude? Über 9000 Meter. Über 9000 Meter. Irgendein Passant läuft die Straße lang, da kommt ein Scientologe und sagt, wie hoch schätzen sie dieses Gebäude? Da kann man jede Zahl sagen. Man kann sagen 1 cm groß, man kann auch sagen 9 Milliarden Kilometer hoch. Es ist egal. Lisa wird dann sagen, richtig, sie haben einen Strechtest gewonnen. Ja! So, die Herausforderung an euch, und also an jedem der mitspielen will, ist jetzt, dass ihr euch, und das bewerten wir mit Noten, wir haben hier so kleine Notenblätter mitgebracht, dass ihr euch Sprüche ausdenkt, die Phantologen Passanten stellen könnten, um sie zum Strechtest anzulocken. Also irgendwelche bescheiderten Sachen, das müsst ihr euch ausdenken. Eure Kreativität ist gefragt. Und jetzt, jeder der mitspielen möchte, sollte jetzt mal sie irgendwie erkennlich machen oder hierher kommen. Was meinen Sie, wie viele Leute noch bei uns in der Kirche sitzen? Was meinen Sie, wie viele Leute bei uns noch in der Kirche sitzen? Und was meinen Sie, wie lange mein Penis ist? Also ich glaube, das Wort Penis ist immer gut. Nein, nein, nein. Penis ist gut. Ich glaube, das könnt ihr auch alle so ein bisschen herzigen. Penis, einfach das Wort Penis. Und wenn es nur, wenn es nur wieder hergeschoben wird. Okay, das sind 13 Punkte. Das ist der montane Spitzenreiter. Oh, schönen guten Tag, darf ich Sie mal ansprechen? Sie haben wunderschöne Schuhe. Ich habe eine Frage an Sie. Denken Sie manchmal über Ihr Leben, über die Gesellschaft und über Geld nach? Frage 1. Frage 2. Was würden Sie davon halten, wenn ich Ihnen eine Lösung vorschlage, in der Sie in eine Organisation eintreten, wo Sie all diese Probleme, Geld, Gesellschaft, Freunde, Familie etc. schon mal loswerden könnten? Na, alles Gute! Penis! Das war jetzt wahrheitsnah. So eine Frage stellen die Seidologen halt wirklich. Weitere, ja? Die zweite auf dem Teil, ja? Ich persönlich habe meinen Stresstest gemacht, liebe Seidologen. Der hat mich mal gestresstestet. Und da wurden mir so eine Frage gestellt. Ob ich meine Probleme mit meinem imaginären Bruder... Oh, 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 oh! Ja. Das ist der Punkt. Die Fragen waren gut gestellt und wahrheitsnah. Ja, aber es geht heute darum, je verrückter desto besser. Das ist immer die zweite, man! Ja. Aber ihr müsst verrückte oder bescheuerte Fragen stellen. So wie die Seidologen es machen. Bitte schön. Also, hallo, ich bin hier Sabina. Was glauben Sie, welche Farbe hat mein Ohrenschmalz? Und, glauben Sie, ich trage einen Slip? Das sind ehrlich gesagt Sachen, über die ich mir nachzimmer Gedanken mache. Wie ist das? 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 Okay. Sie hat ja nicht gesagt, welche Sabine. Es geht ja nicht überwöchend Sabine. Es gibt genug Sabinen auf der Welt. So, vier, 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 vier. Zwei Punkte! Nicht schlecht. Warte. Ja, die hatten wir schon mal bei Ihnen, weil wir uns in der Täusch geworden. Für drei Nazi-Kolle könnt ihr mir eben den Weg zum Bergsteuerzimmer zeigen. sondern auch wenn dieỏiipfl culminieren wollt ihr vorge oats трätig noch viel. Acht die Fresse, Ingo. Acht die Fresse, Ingo. gave veert auch das bearbeiten. Okay, wir haben entschieden. Ich hab die Wagen übergegangen jetzt. Wow! Alles gut! Auf den Präsentat! Ich hab noch nicht gewonnen. Es hat ja noch andere Präsentatoren gehabt. Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wooh! Aaaaaaah! Untertitelung. BR 2018 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 Es ist nie zu spät, ich fahre los. Hupen gegen Faltality! Super! Dankeschön! Erlaut! Ha-ha-ha-ha! He-he-he-he! He-he-he-he! Woo-hoo! Ha-ha-ha-ha! Woo-hoo! Musik 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 Kann man gar nicht zoomen im Scheiß-Termin, das ist eine Kacke. Und Bus wieder. Woh! 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 Mal Walk. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020